Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Wochen Vlog. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, die letzte Woche ein bisschen was für euch zu filmen. Vor allen Dingen auf dem Hexenfest, auf dem ich war. Viele von euch haben ja schon was gesehen auf Instagram. Ja, und da habe ich euch auch einfach mal ein bisschen mitgenommen. Und dann möchte ich außerdem heute grüßen Fabio. Hallo Fabio. Fabio und ich, wir tauschen uns auf Instagram immer aus, auch auf meinem Beauty Instagram. Da diskutieren wir immer so ein bisschen über Kosmetik und solche Sachen. Da habe ich ganz viel Spaß mit Fabio. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Wochen Vlog. Guck mal die riesen Pumpkins an. Stell dich mal daneben, Coral. Das ist Sheryl. Daniel Arndtel, die weißen Stöckchen. Oh, Entschuldigung. Elena hat mich eingeladen und ein paar Freundinnen. Hier vorne auf dem Porch. Ich höre die Hunde. Die Hunde bellen. Ja. Wie viel Kacke ist es? Es ist wie Schokolade und Vanilla. Und Vanilla Kacke. Okay, du hast es. Das ist ein guter looking Kacke. Das ist ein guter Kacke. Sharon, du weißt nicht. 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 Der Papa hat uns schönen Salat gemacht hier draußen. Ach, wie schön. Der Salat. Da wird sich gerade Ranch drauf gehauen. Das Kind ist auch schön. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Das ist so lustig. Also Koray kriegt hier dauernd Briefe von BMW, dass mehrere seiner Autos einen Airbag haben, der nicht funktioniert. Und Koray reagiert immer nicht darauf. Und jetzt hat er hier also quasi literally ein Poster bekommen. Du weißt nicht. Also, ich hab mir gedacht, wir sollen das einfach an die Tür hier hängen. Damit er es auch wirklich sieht. He doesn't even have airbags in the car. He took them out. Ja, even worse. Dabei, die würden das umsonst repacen. Unglaublich. Aber der meldet sich einfach nicht. Well, he took them out to make the car lighter. Seriously, he doesn't have airbags even in it. Sirian sagt, er hat die Airbags rausgenommen, damit die Autos leichter sind. Ja, super. Klasse. Well, he has been warned. Was ist das? Willst du Kureis T-Shirt zerstören? Ich glaube, die mag das T-Shirt nicht. Oh, oh. Das hörte sich aber nach einem Riss an. Soll ich dir das T-Shirt wegnehmen? Das ist ja gefährlich, wenn ich dazwischen gehe. Hex, Hex, ihr Lieben. Ich gehe auf ein Hexenfest und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ich gehe auf ein Hexenfest. Ich gehe auf ein Hexenfest. Oh mein Gott, das ist so funny, dass es nicht echt gut ist. Oh, das ist so funny! Es ist so schön, das ist so cool! Das ist so cool, das ist so cool, das ist so cool! Das ist so cool! Berkley-Rosé Gremlins Gremlins Happy food? Yes Happy food Yeah Oh Wow, you did Woo 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 2 3 4 4 4 5 5 4 5 5 6 Der zweite Weg geht es um einen anderen Weg. Oh wirklich? So from hier und nach der. Von der zu der anderen. Und dann geht es um einen anderen Weg. Ja? Das ist so schön. Ich bin nicht so schön. Hier ist ein leckerer Kuchen. Wo sind denn die ganzen Hexen? Hier ist ein leckerer Kuchen. 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 Hier ist ein leckerer Kuchen.